Hallo und willkommen zu einem ganz anderen Video. Und zwar dieses Mal Terraria. Terraria ist daran schuld, dass ich in letzter Zeit nicht so viel geüploadet habe. Und ja. Ich dachte mir auch, ich mache kein Terraria Let's Play, weil das auch irgendwie ewig dauert und ich gerade so viel laufen habe. Und deswegen nehme ich jetzt gerade mal hier den Wall of Flash Fight auf, weil ich einfach Bock drauf habe. Und Simon ist auch dabei. Genau, wir haben jetzt schon eine Zeit lang gespielt auf der Welt, also alles was ihr seht, ist legal erarbeitet. Nicht die Tee oder so. Wir sind jetzt hoffentlich schon ziemlich OP. Und da wir jetzt für die drei OP-sten Stoffe auf der Welt, die diesen Pune Hammer brauchen, müssen wir die Wall of Flash killen. Und ja, dazu müssen wir jetzt diese Voodoo Doll, das Zeug, das ich hier habe oder eben nicht in der Hand habe, jetzt da in die Labe werfen, laut. Terraria, Vicky. Genau. Da kommt ein Wurm. Und da kommt ein riesen Wurm. Okay, mach einfach mal. Ich versuch's mal. Let's go. Let's go. Ja, mach... Sollen wir nicht den Wurm noch schnell kaputt machen. Scheiß drauf, man. Okay. Okay. Go, 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 go. Okay. Fuck. Wall of Flash has awoken. Yeah! Ey! Du musst... Was machst du? Achso, ich dachte, du bist gerade runtergefallen. Wow. Ich hab dich halt nicht bewegt, was geht. So jetzt. What the fuck. Hier ist diese hessig Wurm. Äh... Die ist halt für mich halt voll lagged und zeigt, dass du die ganze Zeit drin stehst. Wow. Da ist das. Oh Gott. Die Hände sind überrückgewählt. Ich werde zwischen ja noch ein 3. Was? Kill die Hände! Kill die Hände! Kill die Hände! Weißt du, der ist schon schiefendes Teil? Ja. Laser. Und woher ist dein Hände? Äh... Entweder auf die beiden Augen oder auf den Mund zielen, gell? Alles andere trifft mich. Ja, ich spiel den Götter auf den Mund. Ich glaube, der hier schon fast tot ist. Was geht? Nee, ich kenne das. Naja. Naja. Lol. Was geht? Wo? Was geht? Wo ist sie jetzt? Ah! Ah! Ich hab's nicht drin gemerkt. Ich hör's, ja. Oh Gott. What the fuck? Lauf, Schwampel! Lauf! Bam, Leute! Ja, Mann! Lol, wie sie an der Breakers Plate getroppt hat. Wie du's halt aufgenommen hast, so Spaß. Oh Gott. Gibt's halt mir. Okay. Ich hab' alles. Ja, ich erf' dich. Was hast du alles bekommen? Ich hab' einen Pune Hammer. Ich weiß mal hier alles, wie ich's zeigen kann. Also, was kriegt hier alles rum? Was geht? Du hast Breakers Plate bekommen. Ah, stimmt. Das ist das Rieb. Das ist normal 39 Damage. Alter, wie groß das bitte ist. 46 Damage mit Rüstung. Cool. Okay, was hast du noch bekommen? Sag' mal das. Oder zeig' mir ja. Warte, jetzt schon mal kurz. Schau mal. Lass' die... Wann ist ein Skeleton in der Hölle? Geh' mir mal in das komische Haus da rein. Und bauen uns zu. So, Chell. Hast du zugebaut? Ja, passt schon. Und... Ha! Okay. So, also... Das ist der Pune Hammer. Okay. Pune Hammer. Das ist das mit dem man die Demon Altare zerstören kann. Genau. Und ansonsten hab' ich eigentlich nur noch Geld bekommen. Echt? Kriegt man da nicht mehr? Also, ich hab' 10 Gold bekommen. Ja, okay. Äh, wollen wir da gleich Demon Altare zerstören? Ja, wenn wir welche finden? Ja, in Corruption sind auch immer welche. Ah, Blood Moon. Loil. Supersache. Ähm, Base Teleporten oder was machen wir? Ach so. Ich will mehr als Base Teleporten erst mal. Let's go. Geht das bei dir jetzt auch, oder? Ah, cool. Links war glaub' ich Corruption. Ja. Außerdem ist das nicht unsere Standardwelt hier. Loil loil loil. Wandering Eye. Ich glaub das sind Hard Mode Monster. Ja. Glaub ich auch. Das hat auch zwei Formeln. Was geht? Possessed Armor, alter. WTF? Ah, was ist das? WTF? Wow. Was geht da eigentlich? Bauen wir uns ein Haus? Ja, das ist wahrscheinlich wegen Blood Moon. Und deswegen kommen zu viele. Ach so. WTF, alter. Die bauen wir uns ein Haus. Ein kleines. Ein Junge, die können auch ins Haus rein. Das ist Blood Moon. Jaja, ist mir klar. Aber dann sind wir wenigstens ein bissl geschützt. Wie die aufgehen. Du ist fast tot, man. Trink was. Wie ich halt gleich wäre. Was ist das denn jetzt? Yay. Nimm meine Gold Coins mit. Ja. Lo. Alter, was geht? Du hast fünf Gold Coins bekommen von mir, oder? LOL, ein Clown. Was geht? Links war gerade ein Clown. Okay. Du, ich brauche uns jetzt hier mal kurz eine kleine Bleibe hin. Ja, ich versuche dabei unser Zeugs zurückzuholen. Und kümpe ein bisschen Zeugs. Ja. Pfff. LOL. Hehehe. Wie viel Geld ich verliere? Tja. Wie wär's denn so? Ja, ich war mir noch so. Hab die, das geht eigentlich nicht. Äh. Äh. Halt das, Peter. So viel Zeug. Ich dachte, wir sind OP. Ja, dachte ich auch. Also die Wall of Flash war ja nicht relativ schnell her. Genau deswegen... Nein. Ich hab mir die... viel... bedohliche Vorrede. Ja. Ohne Scheiß. Aber mit der ganzen Vorbereitung. Ja. Sag mir, du hast fertig, krass. Aber das sind ja die uns in aller Welt. Ja. Boah, boah, ich bin am... Sorry. Du lächst gerade voll Roman. Ja, ja. Hat's nicht mehr. Kein Vorführ. Pest, alles gut. Und die kommen nicht ins Haus rein, wenn's keine Türen gibt. Ja. God, wie okay diese Teile sind. Liebiger. 260 Rüstungen, fast gar kein Lockback. Äh, 260 Leben. Äh. Der hat 99 Gold liegt. Äh. What the fuck? What the fuck? Alter. Immer Gold auf. Ich hol noch schnell meins auch noch. Ja. Wie ich halt nicht mal die Wand bauen kann, weil's zu viele sind. Scheißplatten. Und da seht ihr, nicht Wollerfleisch defaaten, bevor ihr richtig OP seid. Ja. Wobei das jetzt auch nicht unsere echte Welt ist, da haben wir uns nicht getraut, unsere echte Welt ist, äh, gleich auf Farben hochzustellen. Ja, genau. What the fuck? Was war das für grad für ein Smiley? Ja, grad so ein Smiley und der ist explodiert. Lol. Clown wahrscheinlich, oder? Ah, ein schön. Ah, ich hab noch ein bisschen Holz. Schnell, komm rein. Äh, neulah. Owens, what you gonna do now? Bad boys, bad boys. Aber ich halt nicht durch angreifen kann, das geht. Nein, das kannst du nicht. Konntest du noch nie, wirst du auch nie können. Doch, es gibt irgendwas, was durchgeht, glaub ich. Äh, wir können's doch gern mal versuchen, was da? Äh, Vile Thorn geht, glaub ich, durch. Naja, egal. Ich glaub, ich hör das Video mal hier auf, weil... Es werden wahrscheinlich Inward Camp, bis der Tag vorbei ist, bis die Nacht vorbei ist. Und danach werden wir die Rohstoffe sammeln, also... Genau. Können wir vielleicht auch noch kurz aufnehmen, wenn du willst. Ja, ja, können wir auch. Jedenfalls, jetzt mal ne kleine Pause. Wenn ihr vielleicht noch mehr Terraria wollt, dann sagt das. Vielleicht, wirst du vielleicht ein kleines Let's Play machen, oder... Einfach nur so zwischendurch mal aufnehmen. Hm, nur zwischendurch mal aufnehmen. Bei Let's Plays haben wir gerade genug am Laufen. Stimmt. Würde ich sagen. Ja, okay, dann... Tschüss und tschüss. Tschüss. Jaaah. 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 Jaaah.